Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Du hast ja einen maximalen Hänger, Schatz. So Adler, wir marschieren jetzt zu Bunja Snapper, Jenga Snapper, irgendwie sowas. Auf dem Berg da hoch gibt es wohl einen wilden Trail anscheinend. So Freunde, Queenstown Hill hochmarschiert. Eine Stunde. Komplett am Schwitzen. Jetzt kommt hier irgendein Nali Trail. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Alter, schaut das fett aus. Wie heißt das Ding nochmal? Janja Snapper? Banjo Snapper. Guter alte Banjo Snapper, gell? Die Vielsteine. Sieht einfach nur nach Klippe aus, Mann. Ich sehe immer noch nicht den Roll. Oh, holy shit, Mann. Das schaut doch mal wieder wilder aus, gell? Als beim Fritzi auf GoPro. Wenn du magst, ja. Oh. 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 Holy shit. Geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. holy shit so fucking rowdy alter die kurve was geht denn hier ab alter mich hat so in die kurve geslammt danke ja man kommt so weit links und dann kommt die kurve so eng ich dachte gerade er fällt da unten hin fahren hier in der kurve hat er sich ja ich glaube ich roll von hier wo es ist greasy alter sehr übel rutschig dann weiß ich nicht ob ich mich da weiter senden will wenn es so sketchy ist der boden da wird selbst mein vorderrad abschmieren in diesem pömpel da sehe ich mich über den lenker gehen das geht schon sagt er einfach der buhr die leck alter jetzt ist er doch hier rechts gefahren ja ich habe angst vor dieser einfahrt hier ja was ist das hier für eine nummer ist das hat gut gescheppert ich habe die steine gesehen in der landung und dachte mir ne mann da will ich nicht rein das geht ja so hoch oder was das ist ja eklig alter das kann ja wieder nicht sein das war ja wieder so chillig aus das kann ja schon wieder nicht sein die scheiße hier der ist wirklich chillig zu fahren fährst rein und kommst unten raus digga das sieht aus als ob mich da unten komplett rein komprimiert und dann ist hier auch noch so ein doofer apple hoch du hast ja einen maximalen hänger schon wieder da war dann hier kommen wir jetzt nicht drum rum meinst du ich komme auch so oben also das ist du wirst den scheiß da oben gefahren da kannst du das auch locker wollen das sieht von hier oben echt kacke aus aber es ist nicht schlimm wenn du von da hinten an rollst dann rollst du einfach langsam und dann dann rollst du rein das ist richtig geil so ein bisschen boah scheiße den hat schon verhoben da ist nur scary da über die kante zu kommen danke dir mann ah da steht übrigens der arme links von dir banjo snapper runterfahren full in die kurve knallen warum scheiße ich mich vor sowas jetzt ein das check ich nicht hier auch alter geil du bist ja ultra schnell darauf ja du bist schon an der kante drauf abgehoben so ein bisschen eigentlich geil hier der ganze hase kann man es schön fetzen lassen boah aua alles gut junge bist du dagegen gefetzt wenn sich der guide schon zerballert dann machen wir das lieber nicht junge gute macke im baum auch gelassen jung ist das alles rot jack uaaaaaah ich weiß gar nicht ob ich hier noch auf dem trail bin oder in der regenrinne so freunde das war der famose banjo snapper haben wir das auch mal abgehakt und da ein kicker wir haben es geschafft alter franke eveningrunde unpluggedre machts gut ciao cao ua 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 Vielen Dank.